Greta Gabo war eine schwedisch-US-amerikanische Filmschauspielerin. Sie gilt als Hollywood-Ikone und wurde vom American Film Institute im Jahr 1999 auf Platz 5 der 25 größten weiblichen Leinwandlegenden aller Zeiten gewählt. Aufgrund ihrer zeitlosen Schönheit und ihrer geheimnisvollen Ausstrahlung erhielt sie von der Presse Beinamen wie die göttliche oder schwedische Sphinx. Greta Gabos Filmkarriere begann Anfang der 1920er Jahre und dauerte knapp zwei Jahrzehnte. Ihr Filmdebüt gab sie 1922 in der schwedischen Komödie Lofa Petter. Mit ihrer schauspielerischen Leistung in der schwedischen Literaturverfilmung Gösta Berling von 1924 machte sie den Filmproduzenten Louis B. Meyer auf sich aufmerksam, der sie 1925 nach Hollywood holte. Sie unterschrieb einen Studiovertrag bei Metro-Goldwyn-Mayer und gewann durch ihre Rollen in den 1926 veröffentlichten Filmen Fluten der Leidenschaft und Dämon-Vibe die Aufmerksamkeit von Publikum und Kritikern. Der Durchbruch zum internationalen Star gelang ihr an der Seite von John Gilbert in dem Spielfilm Es war aus dem Jahr 1927. Gemeinsam mit Gilbert bildete sie ein populäres Leinwandpaar. Im Gegensatz zu vielen anderen Stars der Stummfilme ihrer schaffte Greta Gabo den Sprung in den Tonfilm mit Anna Christi, der 1930 in den Verleih kam und mit dem Slogan Gabo Teix beworben wurde. Auf der Oscar-Verleihung 1930 erhielt sie für ihre Auftritte in Anna Christi und Romanze jeweils eine Oscar-Nominierung als beste Darstellerin. Mit tragischen Frauenrollen in Filmen wie Matahari, Menschen im Hotel, Königin Christine und Anna Karenina konnte sie an den Erfolg anknüpfen. Für viele Filmkritiker ist Greta Gabos Verkörperung der Mark-Reit-Gozier in der Dümars-Verfilmung Die Kameliendame von 1936 ihre beste schauspielerische Leistung, die ihr die dritte Oscar-Nominierung und den New York Filmkritik Circle Award als beste Hauptdarstellerin einbrachte. Da sich ihr nächster Film Maria Walewska als Misserfolg bei Kritikern und Publikum erwies, wurde Gabo neben anderen Stars 1938 von Kinobetreibern als Kassengift deklariert. Für ihre Darstellung in der 1939 erschienenen Komödien in Oscar unter der Regie von Ernst Lubitsch erhielt die Schauspielerin ihre vierte Oscar-Nominierung. Nachdem sie 1941 mit der Komödie Die Frau mit den zwei Gesichtern keinen dauerhaften Imagewechsel schaffte, zog sie sich ins Privatleben zurück. Obwohl ihr mehrere Angebote für ein Leinwand-Comeback gemacht wurden, verbrachte Greta Gabo den Rest ihres Lebens abseits der Öffentlichkeit. Auf der Oscar-Verleihung 1955 wurde Gabo für ihre unvergesslichen Leinwand-Auftritte mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Auf der Oscar-Verleihung 50-90-03-67-80-17-18-80-18-33-3s-24s-24s-24s-24s-24s-26s-24s-24s-21s-24s-24s-24s-24s-24s-24s-24s-24s-24s-24s-24s-24s-24s-25s-25s-24s-27s-25s. Vielen Dank.